So Jan, dann mal Butter bei die Fische. Sehr schwierig, sehr schwierig, ähm, Diego oder Miku? Diego. Du musst dich entscheiden. Ja, hab ich doch, Diego. Ailton oder Pizarro? Doppel 6, weißt du? Ähm, Ailton oder Pizarro? Äh, Pizarro. Musiker oder Sportler? Musiker. Für immer und dich oder irgendwie, irgendwo, irgendwann? Für immer und dich. Törlich, törlich oder O'Johnny? O'Johnny. Hip-Hop oder Rock? Hip-Hop. Band oder Solo? Äh, Band, wobei bei mir Solo auch Band ist und die andere Band weniger Band. Jetzt wird's kompliziert. Grün oder weiß? Ähm, boah, grün. Natürlich, sehr klar. Hallo? Hut oder Cap? Je nach Klamotte würde ich sagen. Habe ich einen Anzug an, muss ein Hut sein, wäre jetzt ein Cap scheiße. Und wenn ich einen, äh, ja, nee, also, nee, gibt's nicht. Cap, Hut. Kaffee oder Tee? Tee. Netflix oder Prime Video? Netflix. Amazon Music oder Spotify? Spotify. Berge oder Strand? Strand. Reggae oder Funk? Boah, Rank. Nein, du musst dich entscheiden. Reggae oder Funk? Tags, wenn die Sonne scheint, Reggae, wenn die Sonne nicht scheint, Funk. Wenn der Mond scheint, Funk. Lass ich mal durchgehen. Chef-Styler oder Headliner? Chef-Styler. Lebenslang grün-weiß oder grün-weiße Liebe? Grün-weiße Liebe. Krawatte oder Fliege? Krawatte. Anzug oder Jeans? Kommt immer drauf an, ähm, 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 also, Abzug. Viva oder MTV? Mh, MTV. Notbremse oder Gegentor? Notbremse. Harnik oder Kruse? Kruse. ICI-S oder Yandelay? Mh, 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 haze, was soll ich denn da jetzt sagen? Bin ja beides ich, da kann ich mich nicht entscheiden. Das geht nicht. I see Delay. Beginner oder Straßenbande? Ja, Beginner. Udo Lindenberg oder Nina Hagen? Ich muss Udo sagen, aber das heißt nicht, dass Nina irgendwie in irgendein Hintertreffen geraten würde. Sie hat immer noch die beste deutschsprachige Platte aller Zeiten gemacht. Boah, Alter, jetzt packt sie aber aus. Udo. Boah, nee, oh, scheiße. Ich habe ja eben schon Udo gesagt, Beastie Boys. Madonna oder Rio Reiser? Boah. Wird nicht besser, ne? Wird nicht besser. Madonna. Wacken oder Hurricane? Wacken, ganz klar. Deichbrand oder Rock am Ring? Boah, das ist gemein. Ja, muss ich Rock am Ring sagen, obwohl das Deichbrand auch echt toll ist. Diné oder Delay? Delay. Als Synchronsprecher. Willi oder Rabesocke? Boah, Rabesocke. Pump-Up-Medley oder Word Up? Pump-Up-Medley. Dendemann oder Sammy Deluxe? Boah, ihr seid ja echt mies. Dafür sind wir bekannt. Sam Demann. Du musstest dich bei Udo auch entscheiden. Den Demann oder Sammy Deluxe? Ähm. Sammy Deluxe. Aber, oah, das ist einfach mies. Das sind ja auch Freunde hier, die ich hier einfach so etikettieren soll. Wir sind dafür bekannt, Freundschaften zu zerstören. Ja, okay, okay, ich merk's schon, ich merk's schon. Aber diese, die gucken nicht mal, wie er da drauf ist. Scheiße, geil. Was sind das für Freunde? Jetzt sorgen wir dafür. Okay. Füchse oder Wölfe? Füchse. Nordderby oder kein Nordderby? Naja, also ich hab jetzt in Hamburg das geilste Derby, was du dir überhaupt noch vorstellen kannst. Aber ich bin trotzdem sehr traurig darüber, dass es kein Derby mehr gibt. Also ich hätte lieber das Nordderby. Mal auf Englisch oder für immer auf Deutsch? Für immer auf Deutsch. Drink oder Dancefloor? Ähm, Dancefloor. Autotune oder Schieferton? Ähm, ist auch schwierig, kommt auch immer drauf an. Im Moment Autotune. Nein, 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 nein. Werde Fans. Abonniert diesen Kanal oder wissen Sie was passiert. Pertz. Nein!